Schon müssen wir dann während des Spiels schauen. Ich hoffe nur, dass mein Game nicht crasht. Die Stani Sarazene. Noch ein Sarazene. Okay, ein Camelvölker. Wir haben richtig hart Camelvölker. Loll. Ich weiß nicht, ob ich Star-Stampish spielen soll. Halber Tier Incoming. Cuff Archer spielen. Der Hindustani auf der Flank wird vielleicht schauen, dass er irgendein Handcanonier geht, möglicherweise. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe das Gefühl, die Rehessen nicht verinnern, oder? Ne, ne, sind sie nicht. Nein. Die stehen vor dem Tor. Schade. Ich habe nur Frauen. Was ist denn hier los? Wie kommen denn da weitere Winzige raus? Da ist ja mein Bär da sein Lübbel drin. Das ist ja mein Bär da sein Lübbel drin. Amron, Sajedaton. Sajedaton. Och, diese scheiß Waldschnitte. Ach, Gott. Was ist das? Ich hab da so hässliche Wallschnitte vor dem Lager, wo meine Rehe immer meinen, sie müssen drum herum reiten. Okay. Bittee. Action. Amron, Ben-Na-Om. Naam, Sayyad. Ähm. Ähm. Naja, erst irgendwann konnte er nur ein Haus brauchst, dann meine üblichen zwei. Ich hab grad gedacht, uh, jetzt wird's so, warum weiß ich das nicht baut. Kurz bevor ich haust bin, so nach dem Motto. So, okay, wie's aussieht, hab ich jetzt alle meine Rehe reingekriegt. Oh mein Gott, dieses Wallstück. Also ich geh fast castle, ich bin hier. Ich hab rot, also den Hindustani bei mir. Okay. Naam. So. Okay. So. 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 Soll ich Nice spielen oder Cab Archer? Ja. Bei Nice sind bei Camel-Völkern nicht so geil. So. Ich weiß nicht, was ich gesagt hab. Ich geh auch nice. Wenn der rote schon feudal ist, dann wird da sicherlich irgendwas mit Archan kommen. Ah, ich find's gut, dass die andere Seite ab ist und meine Seite noch nicht. Da haben sich die richtigen Seiten getroffen zum Fast Castle Spielen. Bei mir ist da... Da läuft ein roter Scout. Bei mir ist da der violette Scout gerade gewesen. Ich hab hier so ein zu 80% fertig gebautes Werkarbeiterlager. Ja. Weil ich spontan Planänderungen gemacht hab. Hm. Okay, ganz fast wird beim Castle Age nicht. Yeon powersen. Herr Rot spielt Scouts. Ja. Ich bin ab. ael und ilden Filmen Eik 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 ich fühl übrigens keinen elefanten rasch mit dem alle lösen ist bei gegen zwei körpervölk ist es keine kugelte ja gut ich bin ja schon gehandert worden Ja, 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 ja. Weil wir am Anfang erstmal nur generisch sind. Oder generell generisch sind. Der hat sogar abgerätzt drauf. Ja, ich hab's übersehen. Oh stimmt, der hat ja noch Schaden, Bonus Schaden gegen Gebäude. Wer hat Bonus Schaden, hä? Der, äh, Industani. Ja, das ist korrekt. Du musst nur mit deinem Team aufpassen, weil da könnte er, ähm, Team vorwärts spielen. Äh, der Kutschara, die... Wie heißen's? Die, äh, Sri Ramshar Rider. Rot fällt auf jeden Fall schon mal weg zu Hause. Niiiice. Es hilft zu viel. Es sind türkise, äh, Kindles schon. Und meine, aber okay. Äh, ne, pinke, Entschuldigung. Ich hab grad mal Skat verloren. Ich glaub, ich wär... Ich glaub, ich wär... Ich glaub, ich wär... Warum laupt die denn... Was soll das denn? Warum... Ist der zu, oder wat? Ach, der ist so. Okay, ja gut. Naam. 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 Daniel, ich mach hier hinten mal auf. Ja. Vielleicht kannst du jetzt eine Camel da noch snipen, was da steht. Hm, was wäre dann so für danach noch ein Plan? Ich kann natürlich alternativ einfach zur Pocket weiterlaufen. Kommt das zur Pocket weitergehen. Schieß erst mal das Tor auf. Ich schicke die Arsch hervor. So, Karseletsch geschickt. Oh Mann. Karseletsch geschickt. Karseletsch geklickt. Der KS-Trimmel. Ich bin haust. Daniel, bau doch mal Häuser. Wäre doch mal nur eine Idee. Das war ein Hujub. Nein. D���reich. Amrub. Hasern. Nein. 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 Hier kommt ein Workshop. Nein. 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 Wied ist der Villager? Jawohl. Ja du, ich lass dich vor, dann kannst du mit drauf filmen, ja. Guck mal, da kannst du ein paar Scams schmetzeln. Ja, ja, ich bin schon dran. Workshop ist gleich down, ist down. Wir können da auch reingehen. Daniel, du weißt du, Daniel! Ich weiß nicht warum meine Kamele, ich schwöre dir, ich hab sie reingekriegt. Ich weiß nicht warum die gerade komplett rausküren. Okay, warte kurz, warte kurz, wir können gleich verstärken von mir noch. Hier, ich schick die mal auf die Stelle gerade. Naam, hatrabaten. Echt mal, da ist ein Monk, 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 Monk. Oh, das verlierst du halt ein, Kamele ist mir so lange schüren. Was ist es noch? Ab was ist es so gut? Was ist die Droge? Ja, dir ich nicht. Sie machen die Kamele, nicht. Wir waren alle Kamele. Ja, wir haben alle Kamele. Okay, wir haben alle Kamele. Soll ich nicht nach. Bei mir ist ne Carswork, wenn er es hat. Ach der Scheißmensch, Alter. Verpiss dich. Da ist ne Chemelsrote. Warum reitet ihr da rein? Meine Fresse. Also, Passfinding ist grad echt komplette Unsinn. Bei aller Liebe. Das tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, was meine Chemels machen. Achtung. Daniel? Ja? Geh erst auf den Stall da. Ja? 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 So, ich bin hoch. Amrun? Ja? 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 Na. Ja? XD Ja, da komm' Disc'lequin. Also bleibst du auf Archer und Ironhide? Nein, nein, nein. Der ist auch schon neben. Alter, was? Ja, das war ein guter Falt. Alter, was? Hier haben wir noch mal Gold, hier müssen wir nur noch Gold spüren. Wie meinst du 200 Naum für mich? Nein, leider gar nichts, ich kämpfe gerade. Ich selbst noch nicht mit gerade. Ha, gegnerische Castle mal down. Okay, der hat mehr Splanker. I'd request 1000, da kann ich hochklicken. Hey, ich hab schon mal hochgeklickt, jetzt hier. Puff. Puff. Kannst du... Du hast doch als Malaya auch geile Infanterie, oder nicht? Ich bin gerade dabei, dass ich rein tag. Ach nee, du wirst mal, Leute. Der Angel war Tataa, okay, dann ist das egal. Ich hab da auch einen Monk stehen, der kann dich ein bisschen heilen. Ja. Ja. Was ist das hier? Ich würde da noch Käfig stellen. Ich schreibe mich jetzt mal ein bisschen hoch. Bissenserver 10-Marke, die Blusen. Dann klicken wir mal so. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Nein. Na, na. Meine Camel is stuck. Nein! Meine Frau! Meine Frau! Nein! Okay, das war meine Frau. Das war meine Frau. So, lang genug wird defensiv gespielt. Tschüss, Firm. Da links stehen Kamele. Ja, komm mal runter bitte. Wir wollen engagen. Ja, bleib da da vorne. Wir können uns niemals... Solange meine Frostbusters da sind, können wir uns niemals warten. Wir warten eigentlich noch auf so ein paar Upgrades. Chemie-Hunterwills, ich brauche auch noch ein bisschen Food, das können wir uns mal wieder kaufen. Ader lässt ihn. Kannst du den Mönch vielleicht noch einen Tuck nach vorne stellen? Mhm. Oh, guck mal da. Was steht denn auf dem Ding? Jetzt kannst du dir mal snacken. Ich habe gerade gar kein Gold mehr als Gefühle. Okay. Kannst du den mal killen? Ja, ist jetzt unterwegs. Nix. Großer Fight vorne. Ja, ich sehe es. Ich brauche Gold. Ja, der Ding kommt schon zu mir. Gerade sind wir relativ viel. Ja, ich baue jetzt auf dem Weg, aber es dauert einen Moment. Also ganz ehrlich, Two-Handed Swords sind schon cool, wenn es nichts kosten. Also Schauts, dass bei euch pushts. Der Ding spielt gerade ziemlich viel über. Ja, ich bin dabei. Ich habe schon Bombard-Cams mit dabei. Achtung, da ist eine Mangel. Genau. Oh, mein E-N-Trip ist nicht losgerollt. Scheiße. Komm, zieh dich ein bisschen zurück, dass du nicht so verteilt bist. Jawoll. Oh Gott. Okay. Okay. Ich wäre glücklich, wenn sie jetzt nur pushen würdet. Ich bin gerade ziemlich unter Pressure. Ich bräuchte HIP-Daten ab, ist schon eine Räume herzubauen. Dedo, was brauchst du drüben? Ich schick mal Cameras zu dir rüber, ja? Cameras fliegen. Also Rot evapriert hier schon ein bisschen von seiner Basis. Ok, er steckt. Da kommen gerade urviele Schwamscher Riders. Naja, die rennen jetzt auch nicht ernsthaft. Deswegen wollte ich Cameras spawnen. Ok, nein, da rennen die nicht zu. Wo fliehen die? Die haben 8. Ja, er hat meine ganzen Arbeläste erwischt. Ich kann euch nur sagen, sie haben noch kein Crave. Ja, Rot ist eh quasi dead jetzt. Ah, die wallen hier gerade. Da tut es zu unterbinden. Ja, die pushen meine Seite gerade richtig hart. Ich kann meine Seite nicht nur so lange halten. Also Rot fightet meine Bomba-Camps schon mit Builds. Daniel, schau, dass du die Units noch nicht reinschickst. Ja. Also zumindest da kannst du die Schwamscher E-Camp aber halt nicht tief rein. Da stehen alle das. Ja, ich habe keine Zeit für alle das. Okay. Aber danke. Äh, idle traps. Jawoll. Da kommen Skurms durch übrigens. Wolltest du, du schickst jetzt keine Einheiten rüber, oder Daniel? So, schick ich rüber. Keine Einheiten rüber, oder? Doch, aber... Echt jetzt? Die sind dämlich. Ich stammel mich hier unten. Ich stammel mich hier unten. Okay, jetzt stehen hier Orangen abbeiläster bei uns. Ja, könnt ihr schauen, dass ihr irgendwie weiterkommt, weil... Das Stein war zu dir, danke. Ja, ich krieg auch die Traps nicht weg, der hat so viele Traps und bombardt Cannons. Ja, wir sind nicht so gut am Pushen. Wir sind kurz vom Trade, also ich seh, dass die ein Trade haben. Können wir mit ein paar Ballistern mal gucken, ob ich durchlaufen kann. Diesen mit den Bombern kennst du auf die Gelle statt auf meine Jovic. Ja, ich würd gerne mal hinkommen, aber der RANGE wieder sich. War an den Irons wieder. Ja, ich hab zu meiner Main Equal. Kannst du mir da bitte Camels reinschieben? Ja, ja, ja. Ja, mein zweites Castle geht auch gerade raus. Ich brauche noch Camels. Ich brauche noch Camels. Danke. Okay. Ja, push mal raus mit den Camels, ja. Ich brauche noch Germany. Ja, KP. Danke, danke. Ja, Pulsch. bei allen habe ich gerade nichts mehr ja das passt schon aber es könnte böse enden jetzt ja eine seite stürzt ja ich muss hier auch gerade um das castle ich habe nämlich da hinten bei kassel in port falls sie treten würden aber jetzt Ja, GG. GG, ja. Das war so... Gut gehalten, die so. Ja, die Geram-Session-Rap ist schon ein bisschen unangenehm. Aber ja, danke. Ohne dich, hätte ich sie nicht erhalten. Habt ihr gut gepusht drüben. Ah, 1500 hat er auf meiner Seite gehabt. Ha, ich hab gehalten. Hm. Tun ist uns teilweise. Ha, ha, ha. 96 Militär. Klassischer Sarazene. Und 17.000 Gold gesammelt. Ups. ... ... ... ja ich will doch relativ konstant viel army gehabt zu hören dann natürlich immer mal was verloren an mann schutz oder so so dein militärball ging einmal ja richtig tief ja ich habe 45 irgendwas ja ich habe 40 abs gehabt und dem kassel bloß halt was die aus acht barracks zuhändes vorzuhören gepumpt und auf einmal das hatte so ich gesagt habe da kommt der rent mit der ramscherei dadurch und das sind 30 oder 40 er ist nicht durchgelaufen ist von der seite nachher und das kassel und hat nebenan kassel abgeschlachtet das war auch der moment wo sie pushen konnten weil ich da halt nicht zu partner das war deprimierende